Und willkommen zurück zu Uncharted Teil 3 Folge 10 Und natürlich haben wir es wieder nicht leicht Wachen ohne Ende Aber das kriegen wir schon hin So mal schauen, ob hier welche sind Da ist schon mal einer Ich denke mal da oben sind auch noch welche Sieht danach aus Oh, da sind die ja Die kommen ja von allen Seiten Wo ist er denn jetzt? Woah We'll come dead in here So geht das Das war schon ein perfektes Timing Aber Da hatten wir echt Glück gehabt Oh shit Die haben den immer noch nicht erwischt Der müsste liegen Alter, das sind ja echt viele Nee So geht das nicht Ein bisschen näher ran Dankeschön Junge, das war wieder ein Headshot hier Die bringen sich ja alle gegenseitig jetzt um Aber ich denke mal da oben sind noch welche Oder sind die alle nach unten gekommen Gehen wir jetzt mal nach oben Hm Ganz genau Ich wusste, dass das zu einfach wäre Vor tausend Jahren war das kein Lagerraum Nein, 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 nein Mann, wir übersehen etwas Hey, warte doch mal Die Statuen, siehst du? Eine an oben, eine unten Sieh mal, oben, unten Es ist dasselbe Thema, wieder und wieder Also eine weitere Brotkuma auf dem Weg? Oh, es sieht fast so aus Gibt das Teleskop? Ja, klar So, mal gucken Ich muss mir wohl, wohl, glaube ich, drei von denen Hey Da ist das Symbol wieder Ja, diesmal ist es vielleicht nicht oben, sondern unten irgendwo Dann muss es etwas mit dem Schloss selbst zu tun haben Warte Ja, da Aha Wie unten, so oben? Ja Okay Bewegt das Visier nach oben Was siehst du? Also nach oben Also nochmal Jawohl Und da schon wieder geht's los, ey Und da schon wieder Wo sind die denn alle? Entdeckung! Entdeckung! Scheiße! Ja, das war schon knapp hier. Also was machen die denn? Die sind ja voll unter Beschuss hier. So, jetzt müssen wir hier nach oben. Und jetzt hier lang? Ah, scheiße! Wir müssen näher ran hier. So, jetzt müsste, glaube ich, nur noch einer da sein. Theoretisch. Ah, einer mit... Scheiße! 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 Da kommen immer mehr, du! So, meine Güte! Ah, das ist, glaube ich, Chloe, oder wer ist das? Jetzt müsste Chloe sein, oder? Ich bin da damit nicht sicher. Ich brauch Munition, ey! Nee! Aber die kriegen wir schon. Das müsste Chloe sein! Nee! Sullivan! Sullivan ist das! Sully! Wir können die Säulen vom Turm aus erreichen! Ich hab den Versuch zu erschießen, ey! Aber das haben wir natürlich geschafft! Oh, ich hab schon gedacht, das wär wieder ein... Feind! Jetzt gehen wir jetzt mal nach oben! Na, ein bisschen Munition aufsammeln hier! Komm schon! Wir müssen sie einholen! Ja! Seid ihr okay? Äh, zumindest in einem Stück! Kommt, ich glaube, wir haben etwas! Schön, dass ihr okay seid! Gleichfalls! So, hier sind wir! Okay, der Eingang zur Gruft sollte irgendwo hier sein! Und? Was sagt er diese Lachen dazu? Ja, nicht! Weiter kann er nicht! Und wir sollen es schaffen! Symbolisch ist ein Eingang durch zwei Säulen gekennzeichnet! Toll! Welche? Und ein Eingang zu was? Naja, zu einem anderen Reich? Einem Heiligtum? Ähm, einer Opferstätte? Oh, das hört sich spaßig an! Ich meine da hinten, oder nicht? Hey! Vielleicht um die Ecke! Meinte ich doch! Nein! Geben Sie sie mir! Gut! Das Tagebuch! Was soll? Trau niemals Drake... Wo ist eigentlich Charlie? Wer weiß! Nein! Nein! Shit! Er ist weg. Was zur Hölle? Hey, Charlie, bist du okay? Hä? Charlie? Was zur Hölle? Schaut euch das an. Oh Mann, was soll diese Geheimagenten? Scheiße. Hoffen wir mal, dass die Dosis nicht zu hoch war. Oh nein, 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 nein. Oh Mist. Bleib ruhig, schau mich an. Charlie. Hier, los, wir müssen jetzt weiter, okay? Mach's nicht los. Hau bloß ab. Niemand will dich anfassen, Charlie. Was zur Hölle war in dem Fall? Dein Gesicht blättert ab. Tja, was auch immer es war, jetzt hat der üble Haar los. Charlie, hör zu... Hey, alles ist gut. Hau ab. Ich lass mich nicht mitnehmen. Hey, niemand nimmt dich irgendwo hin mit. Komm, komm doch einfach mit uns, okay? Ja. Oh nein, der Boden schmilzt. Wir können nicht bleiben, weiter. Wie? Wir müssen irgendwie den Grufteingang finden. Wie machen wir das? Na, Charlie hatte eine Spur, ich weiß nur nicht genau was. Der Zauberstab des Markiers. Oh Mann, ohne sein Tagebuch haben wir nicht weiter. Lass mich nachdenken. Okay, ähm, hermetisch. Weiß ich nicht. Vom griechischen Hermes, was Säule heißt. Ja, das wissen wir schon. Die sieben Säulen der Weisheit? Zwischen Gnade und Härte. Wartet. Wir haben es missverstanden. Es ist nicht der Raum zwischen den Säulen, sondern die mittlere Säule. Balance. Was? Das stand in Charlie's Buch. Die Säule der Balance zwischen den beiden Extremen. Zwischen schwarz und weiß, Wasser und Feuer, Mann und Frau. Der Mittelweg. Der Mittelweg. Der Mittelweg? Ist das nicht dieser hier oder nicht? Das haben wir, glaube ich, schon versucht. Das haben wir, glaube ich, schon alles versucht hier. Das muss woanders sein. Was ist das? Charlie, hilf mir hier mal. Na los, komm schon. Nein, 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 nein. Nein, schon gut, Charlie, komm schon. Oben und unten sind beide gleich. Aha. Na bitte. Hier lang. Da müssen wir uns wohl durchkretschen. Na, hau. Okay, ihr geht vor. Ich helfe Charlie. Alles klar. Aber, 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 aber... Na los, komm, alles gut. Wohin bringst du mich? Wir gehen einfach hier durch, okay? Wieso machst du das? Tja, Platzangst, ne? Fass mich nicht ab. Alles okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Charlie. Okay, sind wir euch. Warte. Da oben ist noch ein Durchgang. Geht weiter. Ich mach das. Wir leuchten dir den Weg. Komm, Kumpel, gleich geschafft. Oh Gott. Oh Gott. Okay, dann machen wir mal hier einen Cut. Das war die Folge 10. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder von Uncharted Teil 3. Ciao.